Hallo liebe Pferdefreunde, Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Riding Star 3. So, wir müssen den Noblet Trick mit dir noch machen. Ähm, ich weiß gar nicht, geh ich da auch einmal kurz ein bisschen raus? Mal Abwechslung ist es ja immer, ja. Ist ja nicht immer dieses, dieses doofe Training. Vielleicht mach ich jetzt aber gar nicht so lange jetzt, dass ich hier, hier ausreite. Oh, guck mal, ich hab mich umgezogen. Na sowas. Das sieht doch viel, viel schöner dann auch irgendwie gleich aus beim Ausreiten. Als irgendwie so, weiß ich nicht. Man sich so auftakelt so gefühlt irgendwo. Ich finde das so schön, wenn man sowieso auch hier über die Wiese reiten kann. Dann hier wieder so schön am Meer. Ich finde die Musik so, so, so toll auch bei dieser, beim Ausreiten so. Wir reiten in die Sonne. Oh, weiß ich nicht, da könnte ich auch einfach jetzt so, ne, von mir her träumen. Und gar nicht mehr so, so würde ich denken, so, oh, dass ich eigentlich hier aufnehme und so. Und. Hier reite ich wieder raus. Ich würde jetzt einfach mal hier so ein bisschen mehr über die Wiese und so reiten. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das könnte vielleicht unser Pferdchen nicht, aber doch. Kann ja unser Pferdchen doch ein bisschen mehr als ich dachte. Ach ja, stimmt. Hier ist halt dieses schöne kleine Häuschen wieder. Da darf ich bestimmt gleich einfach nicht mehr lang reiten, ne? Ach. Ach so, das war ein Baum. Oh, das sah hier so dunkel aus, Pferdchen. Tut mir leid. Ach. Das willst du da wieder nicht, wiederum nicht, ne? Ja, toll. Ich muss hier extra hier außen rum reiten. Oh Gott, das ist so dunkel hier im Wald. Ach so. Ach, im Wald bist du auch wieder nicht. Du bist aber auch gar nichts heute wert. Mann. Was soll denn das? Ach so, jetzt ist man hier wieder. Ach so. Ja, weiß ich nicht. Ich kehre mal zurück. Weil wir kennen ja jetzt halbwegs schon das und ähm. Ich finde das dann irgendwann ansonsten so ein bisschen... Ja, was heißt langweilig? Aber es ist denn so wirklich so ein bisschen, äh... Ja, doch vielleicht doch so ein bisschen einschlafend irgendwie. Weiß ich nicht. So, einmal kurz ein bisschen schnell mal kurz drüber bürsten hier. Damit du halt eben einfach wieder gut aussiehst. Und schon mal ein bisschen hinten in den Schweif machen. Das kann man ja schließlich auch von hier sogar. Das finde ich das tolle da dran. So, süß da. Das ist ja halbwegs so ein bisschen geputzt. Okay. Dann machen wir doch mal hier Training. Okay. Ich bin ja mal gespannt, wie hier die Strecke jetzt vor allen Dingen ist. Ich finde es auch immer wieder so schön, dass sie hier halbwegs auch das Ausreitgelände dafür benutzen. Oh. Oh. Ich bin ja auch immer wieder ein bisschen Erholung für unser Pferdchen gönnen. Oh. Ja, damit habe ich fast gerechnet. Das habe ich nicht kommen sehen, das Hindernis. Hä? Hä? Man, oh. Ihr habt auch tausendmal dafür gedrückt, dass es schon springt einfach. Hä? Ich finde es, das Hindernis finde ich doof. Das soll man hier weg tun. Hm. Gut, der Nimm ist halt eben so. Nii, das Hindernis, das war ja total... Ah, was ist denn das? Das war ja gar nichts. Das Hindernis. Das Hindernis hat mich jetzt total geärgert. das sind genauso wie das hier warum können wir das nicht hier das können kann ich gar nicht sollte irgendwie oder 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 was ist hier los hier melden die eben weiter aus die ganze zeit so gut einmal ein blöden ja dann das war ja auch gemein die bäume hände ja auch eben gut dass man hier denn gar nicht mal wenn man mehr sieht vor allem blätter vor der nase mensch das gibt es doch nicht oder mann dieses pferd ist nicht noch hey wir waren so gut bis es einmal passiert ist und jetzt kann ich es nicht mehr oder was du was könnt mir doch außer was ich mag sowas überhaupt nicht die geschwindigkeit er hat sich um zehn prozent gesteigert schön ja toll das war er wieder hier oben auf meine maus reagiert hat und nicht auch mit die tastatur mensch ja ist ja schon gut ja toll das ist doch dieser luft gab erbauen ne warum kommt der immer zu den blödesten zeitpunkt überhaupt und warte nein 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 distint das hat mich auf du kannst das nicht doch ähm ja mal mal sie wieder ohne bänden die beenden bitte okay wir werden uns dann in der nächsten folge auf der kombination zwei treffen ich bin mal gespannt wie das wird also wenn das so ist ja man dass das tun hier wie wir heute im training waren dann sind sie für uns aber schwarz aber ich hätte auch echt schwierig eine schwierige geburt mensch naja okay hinterlassen wir einfach kommentare bewertungen ab und ich hoffe ihr scheint auch ihr beim nächsten mal ein wenn es heißt writing star 3 ja also bis denn